Hi Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Fuller 3 Paprika geht's gar nicht mehr gut, sie ist so gut wie tot. Wir sind hier im chinesischen Lauchposten, aber ich habe immer noch keinen Lauch gefunden. Ich halte Lauch schon langsam für ein Gerücht. Dabei haben wir echt Hunger, aber ich kann mir nichts machen. Hallo? Ich schieße mir da hin. Oh, da blinkt was! Ich glaube da ist Heilung. Und wo Heilung ist, sind vielleicht auch Gegner. Ja! Nein, 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 nein! Oh Gott, lauf! Benji, mach bitte alles alleine kaputt! Bitte Benji, ich verlasse mich auf dich. Ich habe nämlich keine Möglichkeit mich zu heilen. Ich habe nur Psycho, das hätte ich mal früher nehmen sollen. Das hätte mir in ein paar Situationen echt geholfen. Und ich habe keinen Stealth-Boy mehr. Ungesund, ungesund, ungesund. Okay, du bist nett, oder? Du bist nett. Hör auf. Hör auf. Hier darf bitte kein Gegner mehr drin sein. Ich muss... Oh Gott! Na, toll. Benji, hol ihn dir! Du musst das bitte alleine machen! Nein, 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 nein! Nicht mir hinterherlaufen! Nicht mir hinterherlaufen! Benji, du darfst mir nicht hinterherlaufen! Du musst die bitte für mich töten! Nee, nee, nee! Hallo? Hallo? Ich weiß, dass der da noch irgendwo ist. Da ist er. Ich habe keine Munition mehr! Verdammt, mein letzter Schuss war das. Benji, jetzt mach doch mal was! Steh doch nicht einfach nur so rum. Was ist denn los mit dir? Irgendwas stimmt mit dir nicht, glaube ich. Irgendwas stimmt mit dir nicht. So verhält dich doch kein normaler Soldat. Mach doch was! Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, der gehört zu denen. Oh, nein! Der ist immer noch da! Warum lebt der noch? Warum ist der nicht tot? Oh, jetzt hat es uns echt erwischt. Warum hat denn der das überlebt? Läuft einfach in eine Mine. Ich dachte noch, uh, ich bin so clever und mache hier eine Mine. Benji ist nämlich so doof. Der war echt nicht besonders hilfreich. Und dann tot. Und dann tot. Echt gemein, dass die keine Heilung hier positionieren, Mensch. Man muss echt schon tief in das Gebäude rein, bevor man wieder Heilung kriegt. Jo, dann müssen wir es jetzt nochmal machen. Also, diesmal aber besser. Diesmal aber besser. Diesmal bereite ich alles besser vor. Ich weiß jetzt nämlich erstens, dass eine Mine überhaupt nichts bringt. Das heißt, wir platzieren hier... Oh, nein! Ich habe Granaten ausgerüstet. Ich weiß jetzt nämlich, dass Mine überhaupt nichts bringt. Das heißt, ich platziere hier gleich mehrere. Uah! Und du machst jetzt bitte mal was! Du bist so ein Idiot, ey! Ich hasse Benji! Ich hasse Benji! Ohne Katsu! Oder verwechsel ich da was? Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen, um uns zu holen. Oder auch nicht. Ich glaube, sie kommen doch nicht. Ich glaube, der hat mich aus den Augen verloren. Oh mein Gott! Da steht er! Benji, mach doch was! Warum bist du denn so nutzlos heute? Ich glaube, ich spreng mich jetzt selber in die Luft. Aber das Risiko... Gehe ich ein! Bis jetzt lebe ich noch. Aber er auch. Er auch. Und? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nein! Das war eine ganz schlechte Granate. Die war nicht mehr gut. Die war schon faul. Benji, mach jetzt was! Mach doch jetzt endlich was! Oh, ich glaube, er hat ihn erwischt, oder? Ja, wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da war gerade noch einer auf dem Radar angezeigt. Ja, ich habe ihn... Oh nein! Ich habe nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich kann... Ich habe einen Dolch noch. Ja, ich habe einen Dolch und eine Mine. Und hier... Achso, ich habe noch 21 Schuss immerhin. Feind zerschlagen, wirklich? Kann ich dir das glauben? Hau bloß ab, ey, wehe! Du hast hier einem Feind noch nicht zerschlagen. Obwohl du behauptet hast, du hättest ihn zerschlagen. Dann zerschlage ich dich. Beziehungsweise die mich. Und dann bist du ziemlich niedergeschlagen. Weil du deinen... Deinen wundervollen Colonel-Hauptmann-Anführer-Truppen-Leader verloren hast. Der schon so viele unschuldige Menschen in den Tod geführt hat. Aber die sind auch selber schuld. Die KI einfach, Mensch. Ich kann da überhaupt nichts dafür. Ich will doch nur zu diesem blöden Heil-Ding, das da hinten blinkt und mich verhöhnt. Mit seiner Unerreichbarkeit. So gemein. Okay. Ich hoffe. Sonst ist hier niemand mehr. Das ist nämlich so eine gemeine Falle. Meint ihr, die haben das mit Absicht gemacht? Dass die das hier platzieren? Also, dass die einem die ganze Map lang keine Heilung geben, damit man wirklich dringend Heilung braucht. Und dann stellen die das hier als Falle in so einem Raum, wo zwei getarnte Kerle links und rechts warten. Ziemlich gemein. Ziemlich gemein. Aber auch ziemlich cool. Ziemlich gut designt. Hat nämlich funktioniert. Also wenn das der Plan war. Äh. Was ist denn hier los? Waren wir das? Hab ich was kaputt gemacht? Das wollte ich gar nicht. Okay. Wir haben wieder Munition. Wir haben wieder Gesundheit. Wir haben wieder Granaten. Wir haben gar nicht so viele Granaten. Los geht's. Hallo? Los geht's. Mhm. Okay. Gehen wir im Kreis? Waren wir hier schon mal? Das kommt mir alles so bekannt vor. Ah. Hallo? No? Keiner da? Wirklich nicht? Keiner unsichtbaren? Nee. Keiner unsichtbaren. Gut. Leise. Die hören uns sonst. Oh. Hallo. Ich werfe mal eine Granate. Plapp. Flieg. Durch die Decke. Na typisch. Der wollte wieder mit dem Kopf durch die Decke. Und wundert sich dann. Warum er anstößt. Oh Gott. Was ist mit dir? Wo kommst du schon wieder her? Warum gehen die denn immer so auf Konfrontationskurs? Warum? Wie kann das bitte? Wie? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wets Modus. Wets Modus. Schäme dich. Wenn ich wusste. Du bist zur chinesischen Mauer zurück. Okay. Gut. Alles gut. Alles gut gegangen nochmal. Überhaupt keine Probleme. Überhaupt keine Probleme hier. Wir haben alles unter Kontrolle. Situation normal. Wenn nicht sogar blendend. Kann ich hier kein Computer benutzen? Nein. Schade. Kann ich hier? Nein. Also dass ich die beiden Altmetall da am Eingang nehmen konnte. Ist ziemlich sicher ein Bug gewesen, oder? Ich glaube nicht, dass das Absicht ist. Ich glaube die haben vergessen die als feste Objekte zu markieren. Oder irgendwie so. Sollen wir hier reingehen? Nach Anchorage. Bam, bam, bam. Besen und Dosen. Ja, ich glaube wir gehen rein. Was machen wir dann sonst den ganzen Tag? Aber ich nehme mal noch Granaten. Zwei Stück in die Hand. Die nächsten beiden Gegner, die wir treffen. Granaten. Granatenzeit. Wir sind schon wieder ein Drittel bis Level 10. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Cool. Man levelt hier ganz schön hoch. Man kriegt ja keinen Loot. Aber dafür Erfahrungspunkte. Ganz into Bullets. Und ist Erfahrung nicht das wertvollste überhaupt. Hallo? Ähm. Waren wir hier nicht jetzt echt schon? Scheinbar nicht. Doch, doch, natürlich. Sind wir nicht hier auch zur Artillerie gegangen? War ich nicht schon da oben? Ist da oben nicht ein Bunker? Nee, irgendwie nicht. Kämpft da unten irgendwer? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Aber ist egal. Ich muss auch nicht alles verstehen immer. Ich muss auch nicht immer alles verstehen. Ich verstehe zum Beispiel nicht. Oh mein Gott, was passiert denn hier? Ah! Wo kommen die denn her? Ich glaube, ich stehe viel zu nah dran. Aber ich werfe jetzt zwei Granaten. Mir doch egal. YOLO! Explodiert die jetzt noch oder nicht mehr? Nein, die explodiert nicht mehr. Ist okay. Muss auch nie unbedingt sein. Und sie ist explodiert. Autsch. Kommt schon! Wie viel denn aushalten du tust? Ich nicht verstehen. Ich nicht approfen. Haha! Da tanzte er ein bisschen. Aber dein kleines Stepptänzchen wird dich nicht retten. Dies dürfte der letzte sein. Damit ist auch endlich mit der Bombardierung unserer Leute Schluss. Na Gott sei Dank. Dank ihnen. Ich werde unseren Männern befehlen, zum Hauptquartier zurückzukehren. Danke. Wir sehen uns dort. Cool. Oh nein! Teleportation! Nein, ich wollte hier noch... Nein! Ah! Ich wollte hier noch so gern plündern. Aber die Macht der Teleportation ist eine mächtige Macht. Und nicht mein Verbündeter. So! Bahnbrecher! Hallo! Weitermachen, Soldat! Ja, du auch. Vielleicht merkst du noch irgendwann, dass das keine Zigarre ist. Und selbst wenn es eine wäre, sie brennt nicht. Und du... Da ist auch kein Rauch und nix. Du bist einfach irgendwie... Und du hast hier nicht mal... Guck mal, du hast hier nicht mal was in der Hand. Du hast kein Feuerzeug. Du kannst es nicht anzünden. Diese Sache zu Ende, Soldat! Du bist wahnsinnig geworden! Wir sind müde und wollen unser verdammtes Öl wieder haben! Er ist einfach nur wahnsinnig geworden. Hallo. Ich glaub... Ich glaub, unser General ist wahnsinnig. Wirklich. Wir sollten vielleicht was... Oh, oh! ...was Neues aus Washington bezüglich meiner jüngsten Anforderung? Es tut mir leid, Sir. Aber Sie sagten, die Techniker hätten die Probleme mit dem Fusionskraftwerk noch nicht gelöst. Sagen Sie ihnen, wenn Sie auch beim Scheitern noch Aussicht auf Befreiung haben wollen, müssen Sie auch etwas dafür tun. Verstanden, Sir. Ich werde Ihnen sagen, dass Sie mit Ihrem Fortschritt... äh... unzufrieden sind. Bringen wir diese Sache zu Ende, Soldat! Was? Willst du mich zum... Ist das eine Aufforderung zum Duell? Will er sich mit mir duellieren? Ich würde jetzt gern mein Equipment mal verändern. Ich hätte gern das schwere Waffenpack, bitte. So. Ah, ich muss erst zum Quartiermeister. Nein, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Moment, ich hab das Heckenschützen? What? Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaub, die Benennung der Einzelnen... Ich muss, glaub ich... Mal schauen. Ah. Ich muss jetzt zu ihm gehen. Dann gibst du mir das Heckenschütz-Set. Setz. Und dann gehst du zurück und sagst, nein, ich will das schwere Waffen-Setzt. Und dann gibst du mir das schwere Waffen-Setzt. So wird's laufen. Und ich sag, na, wunderschön. Danke. Das hat jetzt nur ungefähr ewig lang gedauert, Mensch. Unverschämtheit. Ah. Na? Hallo, liebe Welt. Sir. Redest du mit mir? Bin ich Sir? Wer seid denn ihr? Ich dachte, ihr war tot. Wo wart ihr denn? Wir waren da irgendwie drin und hatten irgendwie Action. Und ihr? Oh, Mann. So, hallo. Was brauchen Sie, Soldat? Ich kann dir sagen, was ich brauche. Ich will meine Ausrüstung wechseln. Na klar. Sie müssen mir nur... Sie... Danke. So, auf Wiedersehen. Dann gehe ich jetzt noch mal da rein. Sir. Warum ist das eigentlich so umständlich? Warum kann er nicht einfach sagen, ja, theoretisch müsstest du da reingehen und dann Computer, aber ich kann das auch hier einfach für dich regeln. Komm. Neues Pack. Bitteschön. Das wäre gut. Also, jetzt müssen wir noch mal in den Computer schauen, der auch noch irgendwie verpackt ist, glaube ich. Quartiermeister aufsuchen? Was? Aber ich war doch gerade beim Quartiermeister. Der hat gesagt, klar, ich muss nur noch mal zum Terminal gehen und wir müssen noch eins aufsuchen. Und das habe ich gemacht. Und jetzt sagt mir der Computer, ist so typisch, oder? Typisch. Ich fühle mich wie auf dem Amt. Und jetzt gehe ich zu ihm und dann sage ich, der sagt, ja, da bin ich nicht zuständig. Dann musst du erst sagen, komm, den Computer. Und dann sage ich, aber am Computer steht, ich soll zu dir gehen. Dann sagt er, ja, da bin ich nicht zuständig. Was brauchen Sie, Soldat? Dann gib mir mal die Ausrüstung. Wahrscheinlich gibt es da. Halt die Klappe. Ich mag dich nicht. Sehen Sie wieder hier um Ihre Aus... Ja, bin ich. Na klar. Halt die Klappe. Ich will nicht mehr mit dir reden. Nein, vier Raketen entfernt. Meine schönen Raketen. Sir. Gemeinheit. Ich steppe mir die Raketen, die paar Raketen, die ich hatte, nehmen Sie mir auch noch mit. Äh, weg. Äh, die hätte ich jetzt brauchen können mit meinem schweren Schützenausrüstung, wenn wir die überhaupt hinkriegen. Also, nochmal jetzt. Okay. Meiner Theorie nach ist es hier alles komplett falsch übersetzt. Meine Theorie ist, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man hier Sturmtruppen kriegt. Hier ist die Beschreibung für Sturmtruppen. Nahkampf. Beschreibung für Nahkampf. Heckenschützenpaket. Beschreibung für Heckenschützenpaket. Schwere Waffenpaket. Beschreibung für schwere Waffenpaket. So müsste es dann also stimmen. Aber das ist ja ein totales Datenchaos. Also. Hier steht auch nur, wollen Sie das, das gewünschte Paket. Das steht nicht mal, aber ich, ich glaube, es stimmt jetzt, oder? Schwere Waffen. Ja, jetzt stimmt's. Mein Gott. Da ist wirklich, also da hätte man vielleicht nochmal kurz einen Patch drüber laufen lassen können. Weil das ist so falsch. Das ist schon unglaublich. Oh, aber ich bin hier auch so falsch. Ich muss da rüber. Hallo. Ich habe leider keine Stimme mehr. Oh, da ist sie doch. Nur ein bisschen verzögert. Schwere Waffe. Halt die Klappe und gib mir endlich mein Zeug. Geh es mir auf die Nerven. Nimm mir noch deine ganze Munition und deine ganze Heilung mit. So, was hast du jetzt davon? Und nun verabschiede ich mich. Ist das ein Pip-Boy? Nee. Das ist eine Wackelpuppe. Also keine Pip-Boy-Wackelpuppe. Pucke. So eine Hawaii-Kackelpuppe. So. Gut. Nun sind wir beide auf uns alleine gestellt. Was? Schalten wir jetzt dieses Impulsfeld aus. Gut. Nun sind wir beide auf uns alleine gestellt. Ich glaube, hier funktioniert gerade gar nichts mehr. Was heißt denn, wir sind auf uns alleine gestellt? Da stehen noch zwei. Wir sind zu viert, mindestens. Und ich glaube, ich kann noch jemanden anfordern, wenn ich jetzt hier reingehe. Deswegen mache ich das. Alles kaputt. Ach so, nee. Ich habe keine. Na gut. Dann los. Dann los. Hä? Bist du das, Benjamin? Und ihr? Ihr kommt nicht mit, oder wie? Was? Bist du das, Sergeant? Okay, ich schätze, wir sind jetzt auf uns alleine gestellt und schätzen dieses Impulsfeld aus. Oh Gott, ich verstehe gar nicht mehr, was hier los ist. Warum komme ich hier nicht? Ich komme nicht mehr raus. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben immerhin 18 Raketen. Damit lässt sich doch was anfangen. Oder? Sollte man meinen. Wo müssen wir denn lang gehen? Wahrscheinlich da lang. Oh, vielleicht da lang, wo alles explodiert. Kann ich mir vorstellen. Müssen wir da echt durch? Wirklich da, wo alles explodiert? Ist das so eine gute Idee? Aber wenn ich mal auf die Weltkarte gucke, auf die Weltkarte gucke, dann könnte das schon sein. Ich dachte, wir haben die Azellerie kaputt gemacht. Was schießen die denn hier noch auf uns? Unverschämtes Pack. Ich glaube, das speichere ich gleich mal, weil ich so erbost bin. Ha! Was habt ihr jetzt davon? Das ist nämlich meine wahre Superhelden-Power. Ich kann jederzeit speichern und neu laden. Selbst wenn ich schon tot bin. Vor allem, wenn ich schon tot bin. Das könnt ihr nicht. Keiner von euch. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Oh oh. Ich glaube, hier hat es einer erwischt. Lebe wohl, mein Freund. Lebe wohl. Ich glaube, wir müssen in den Schützen graben. Gut. Dann bin ich mit dem Raketenwerfer ja jetzt ideal ausgerüstet, oder? Ich glaube, ich wechsle mal schnell die Waffe. Ich glaube, das schreit nach der 10mm Maschinengewehrpistole. Nach dem Abwehrstick. Oh! Oh, du wirst ja in Amerika... Ey, du hast echt Glück, dass es diesen Wets-Modus gibt. Sonst wärst du jetzt tot. Wo will er denn hin? Wo wollt ihr denn hin? Naja. Wir gehen da lang. Du auch? Bist du auch ein amerikanischer Soldat? Ja. Hallo. Alles klar? Gibt es nichts, das es wert wäre, mitgenommen zu werden. Okay. Wo denn da drin? Ähm. Au. Hey. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas getroffen. Gemeinheit. Aha. Wen haben wir denn da? Rumpfi-Mack-Rumpfinkton. Wie wäre es, wenn ich dir in deinen rechten Arm schieße? Anscheinend relativ angenehm für dich. Ich habe alles unter Kontrolle. Hallo? Aha. Wer ist denn da? Aber das ist mindestens noch einer. Ich weiß es ganz genau. Aha. Haben wir dich. Dachte wohl, er kann sich verstecken. Ich schieße überall hin. Nur nicht auf ihn. Damit rechnet er nicht. Ja. Fast keine Munition mehr. So macht man das. Oh, warte mal. Ach so, du bist ein Gefangener. Ah. Nein, ich will dich nicht beklauen. Sorry. Ja. Die haben uns völlig überrumpelt. Ich hatte noch Glück. Danke, dass sie mich da rausgeholt haben. Gerne. Kein Problem. Mach ich immer wieder gern. Alle rausholen. Jetzt wollte ich mal einen Raketenwerfer nehmen. Ich glaube, jetzt ist eine Raketenwerferzeit, oder? Und wetten. Jetzt gehe ich irgendwo ums Eck und dann steht einer direkt vor mir. Ich traue mich wetten. Wetten. Aha. Overkill. Batsch. Oh, wo kommt ihr her? Uff. Nein, wartet mal kurz. Ich muss ihn abladen. Nicht so schnell. Hey, aufhören. Was ist denn hier los? Kann ich mal bitte in Ruhe meine Raketen nachladen? So. Juhu. Wie gesagt, Dragdoll-Physik ist das Beste. Warte, ich gehe noch mal kurz zurück und heile mich. Ich bin gleich wieder da. Willst du auch Heilung, Begleiterkerl? Ne, du bist eh unsterblich. Ich weiß. Aber ich brauche mal eben noch kurz... Ich weiß gar nicht, ist das eine Riesenflasche Stimpack, oder? Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Leute, wir müssen jetzt hier leider schon wieder die Folge beenden für heute. Mensch, die Zeit vergeht, oder? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal, wenn wir noch viel mehr Raketen in alle Himmelsrichtungen schießen und schauen, was sie treffen und uns ganz furchtbar darüber freuen, wie alles rumfliegt und lachen und sagen, ha 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 ha. Alles fliegt. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.